Der Fressnapf XXL Markt in Berlin-Spandau bietet alles, was das Herz des Tierliebhabers begehrt. Mit 3000 Quadratmetern, verteilt auf drei Etagen und dem 20-köpfigen Serviceteam ist Fressnapf XXL Berlins größter Zofachmarkt. Ob Aquaristik oder Terroristik, Zubehör und Futter gibt es für jeden Bedarf. Fressnapf sorgt für ausgewogene Ernährung. Doch was wäre ein Fressnapf ohne Futter für Hund und Katze? Bei einem solchen Angebot lohnt es sich zuzugreifen. Alle Tiere werden artgerecht in naturnahen Lebensräumen gehalten. Vorbildlich also, wenn es um das Wohl der Tiere geht. Ganz gleich ob Fisch, Schlange oder Vogel, gerne stehen die fachlich versierten Mitarbeiter dem Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Sehr zur Freude der Tiere. Der Einkauf bei Fressnapf ist immer ein Erlebnis. Und das für groß und klein. Eintauchen in die farbenprächtige Unterwasserwelt. Die Süßwasserabteilung etwa beheimatet in über 170 Aquarien eine einzigartige Zierfischauswahl. Dazu zählen Barsche aus Afrika und Südamerika, ebenso wie lebend gebärende Fische. Nicht weniger faszinierend ist auch die breit gefächerte Auswahl im Bereich der Salzwasser-Aquaristik. 15.000 Liter fasst die Meerwasseranlage. Da gibt es schon einiges zu bewundern. Wie zum Beispiel diesen nicht alltäglichen Zeitgenossen. Fressnapf XXL steht für ein umfassendes Angebot und optimalen Service rund ums Heimtier.